Oh, der liegt da. Er liegt da einfach. Bandit war Bart. Ich bin gestunnt, ich seh nix. Sorry Jimmy. Im Bart, im Bart. Ich wurde beschossen vom Bart auf einmal. Genau, im Bart noch. Jimmy! Frost, keine Ahnung worüber. Schlafzimmer. Der ist hinter dir, der ist hinter dir. Jimmy! Bart, Bart. Oder im Schlafzimmer besser gesagt. Mach die Wand auf. Die Wand ist unverstärkt. Welche Wand? Die Objective Wand. Die eine sollte unverstärkt sein. Du kannst auch durchgehen, wenn du willst. Wo ist das OBJ? Das da? Nein, das ist nicht das OBJ. Schlafzimmer ist das OBJ. In dem Raum, wo du reinschaust, das ist das OBJ. Und da ist die Wand links offen. Siehst du das? Da ist die Wand unverstärkt. Er pusht dich vom Gang. Ich glaube ich. Nein, er ist da. Ich los bei dir. Er liegt dort hinten im Arn vor der Ecken. Jimmy, du darfst dich jetzt nicht verraten. Geh rein und geh links in die Ecke. Ja, da da. Ich bin da hinten dran. Ich bin da hinten dran. Hast du noch eine Drohne? Er liegt in der Ecke. Hol ihn dir. Da ist der Noob. Hm, nein, da ist nicht so ein Noob. L244. Jimmy, er ist irgendwo in der rechten Ecke dort. Ja. Fuck. Geh einfach gecrouched hin. Geh crouch. Da liegt er, da steht er. Schieß auf seine Füße. Ja! Das war ein Ace. Oh ja. Jimmy, das musst du klippen, Alter. Du f***.